Hallo und herzlich willkommen beim Prachtwerk. Da die Weihnachtszeit schon immer näher rückt und alle auf der Suche nach Geschenken sind, habe ich mir gedacht, es muss natürlich auch heuer wieder für meine treuen Facebook- und Instagram-Friends und die besten Kunden auf der ganzen Welt ein Gewinnspiel geben. Zu gewinnen gibt es heuer dieses tolle Pinsel-Set. Und zwar ist es in Rosé Gold, super weiche Pinsel, total stylisch. Gibt es für euch heuer zu gewinnen. Außerdem bekommt die Gewinnerin noch ein extra ganz persönliches Make-up-Tutorial dazu geschenkt, wo ich dir genau zeige, welche Farben perfekt zu deinem Typ passen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video zu liken, auch die Facebook-Seite zu liken. Dieses Video zu teilen ist ganz wichtig und ihr könnt noch, wenn ihr zweimal im Losdruck landen wollt, kommentieren, Leute markieren, wo ihr euch denkt, die hätten auch eine Freude mit diesem Geschenk. Und dann wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten und good luck. Bye!